Was für Konsequenzen ziehen sich aus einem Cyber Security Vorfall und wer haftet in so einer Situation? All das erfahren Sie in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen aus Bremen. In diesem Video erfahren Sie, welche wesentlichen Dreieckpunkte Sie beachten sollten, wenn es um IT und OT Risikomanagement geht. Im Schadensfall muss die Unternehmensführung beweisen, dass sie in der Vergangenheit alles Notwendige getan hat, um IT-Risiken zu minimieren. Sie muss dabei ihr IT-Risikomanagement als Beweis offenlegen. Wurden Risiken identifiziert und bewertet, wurden ausreichend Maßnahmen ergriffen, um die vorhandenen Risiken zu minimieren. Wie diese Maßnahmen im Einzelnen aussehen können, zeigt das IT-Sicherheitsgesetz in der Änderung des BSI-Gesetzes für die Betreiber besonders wichtiger Infrastrukturen. Diese müssen unter anderem einen IT-Sicherheitsbeauftragten ernennen, der als Kontaktperson dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rund um die Uhr zur Verfügung steht. Diese Kontaktperson muss zum Beispiel verdächtige IT-Störungen beim BSI melden, auch wenn das Unternehmen seine IT durch einen Dienstleister betreiben lässt. Außerdem muss der Stand der IT-Technik mit einschlägigen Schutzmaßnahmen nach internationalen, europäischen und nationalen Normen erreicht sein. Branchen-spezifische Sicherheits- und Notfallkonzepte sollten dokumentiert und umgesetzt werden. Je nach Branche müssen zudem folgende Nachweise für Sicherheitsaudits Prüfung der Zertifizierung erbracht werden. Information Security Management System, kritische Cyberassets werden identifiziert und gemanagt, Maßnahmen zur Angriffsprävention und Erkennung, Implementierung eines Notfall- und Krisenmanagements. Sollte sich im Schadensfall herausstellen, dass Maßnahmen zur IT-Security nicht oder nur unzerreichend erfüllt wurden, kann es für die Unternehmensleitung zu hohen Strafen kommen. Darüber hinaus muss sie den wirtschaftlichen Schaden tragen, der durch den Ausfall der IT entstanden ist. Sowohl Geldstrafen als auch der wirtschaftliche Schaden kann das Unternehmen gegenüber der Unternehmensleitung bei fehlender Risikovorsorge geltend machen. Sie muss dann unter Umständen im Schadensfall mit ihrem privaten Vermögen haften. Das gilt auch für Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates. Sie haften zum Beispiel, wenn IT-Risiken oder Mängel verschwiegen und keine bzw. unzureichende Gegenmaßnahmen in die Wege geleitet wurden. Neben hohen immateriellen Schäden, zum Beispiel Imageverlust, muss ein Unternehmen mit hohen wirtschaftlichen Schäden rechnen. Der Ausfall der IT-Technik und Produktionsanlagen führt zu Umsatzeinbußen und existenzieller Schädigung des Unternehmens. Kosten für die Wiederherstellung und Schadensbeseitigung, Erhöhung der Versicherungsleistungen bzw. Kündigung des Schutzes von Seiten der Versicherung, Bußgeldern und natürlich auch Schadensersatzzahlungen, Problemen bei der Wirtschaftsprüfung und vieles andere mehr. Eine Überwachung des Netzwerkverkehrs gilt als wichtiger Baustein für mehr IT-Sicherheit in der vernetzten Produktionsanlage. Auch wenn es hochkomplexe Cyberangriffe nicht direkt abwehrt, stellt es doch als effektives Analyse- und Alarmsystem heraus. Denn es scant permanent firmeninterne Netzwerke und klar definierte Cyberassets, ohne in das System einzugreifen. Ein aktiver Angriff könnte die Produktionsanlage in einen unkontrollierten Zustand bringen. Mögliche Gefahrenherde werden analysiert, bewertet und Ergebnisse in einem übersichtlichen Reporting für die Geschäftsleitung und die Betriebsführung zur Verfügung gestellt. Die Netzwerküberwachung leistet so einen wichtigen Beitrag für die Vorbereitung gezielter und wirksamer Gegenmaßnahmen. Fest steht, jedes Unternehmen sollte sich um das Thema IT-Sicherheit Gedanken machen. Denn zu groß sind die wirtschaftlichen Risiken für das Unternehmen. Nicht zuletzt trifft ein mangelndes IT-Risikomanagement auch die Unternehmensleitung direkt, da sie mit ihrem gesamten Privatvermögen haftbar gemacht werden kann. Damit wären wir auch schon am Ende mit diesem Video. Falls jetzt noch Fragen offen sind, können Sie sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Bis bald.